Ich begrüsse ganz herzlich zum Teil der Fachstelle an diesem Straubettag. Mein Name ist Luzi Schneider, ich bin der Fachstelleleiter vom Osten und präsentiere euch das Jahr 2020. Wir haben eine Turbulenz im Jahr 2020 und man sieht ganz klar, dass die im Frühling, wo die Bodenbearbeitung und die Saat bei optimalen Verhältnissen gemacht haben, dort sind die Rüben sehr schön und sehr regelmässig aufgelaufen. Dort, wo die Bodenbearbeitung nicht ganz optimal war, fehlen passiert sind, auch nachher bei der Saat. Dort sind die Rüben Lückungen und weniger gut gekommen und wir haben dort sogenannte Stufe rüber, mehrere Generationen, die dort gekommen sind. Das Problem haben wir vor allem mit der Westschweiz. Dort hat sich auch noch die Trockenheit sehr stark hineingespielt, aber wir haben festgestellt, dass wir gleich bis nach acht Wochen Nachtensaat noch Rüben hatten, die aufgelaufen sind. Der sehr schöne und sehr sommerliche Frühling haben dazu geführt, dass wir dieses Jahr einen sehr hohen Erbfloh und vor allem auch Blattlauss Druck hatten. Nützlinge auf der Gegenseite mussten sich zuerst aus den Eiern heraus entwickeln, während vor allem Blattlauss als Geflügelte überwintert haben und dementsprechend sich problemlos haben vermehren, ohne grosse Konkurrenz. Das hat nachher zu grossen Problemen geführt, zu einem sehr grossen Blattlauss Druck. Der warme Frühling hatte aber ein Positives. Die Rüben sind sehr früh in sehr tiefe Bodenschichten runter und sie haben sich optimal entwickelt und haben diese Funktion als Nährstoffpumpe schon sehr früh sehr gut ausnutzen können. Im Osten haben wir die schwarze Blattlauss mit den entsprechenden Behandlungen relativ gut in den Griff bekommen und meistens zufriedenstellend bekämpfen können. Hier im Osten ist mit weniger Ertragsverlust oder gar keinem Ertragsverlust diesbezüglich zu rechnen. Darüber haben sich sehr gut entwickelt. Neben der schwarzen Blattlauss hatten wir auch die grüne. Die grüne, die BYV, also der Vergilbungsvirus, in sich trägt und im Westen zu einer verheerenden Vergilbung geführt hat. Die Ertragserhebungen dort haben gezeigt, dass es vermutlich mit grösseren Einbussen zu rechnen ist. Das genau zu beziffern ist aktuell aber noch schwierig. Neben den negativen Einflüssen kann man auch positive Dinge hervorheben. Wie im 2019 haben wir dieses Jahr sehr tiefen Blattfleckendruck, wo man sieht, dass die Kulturen nach wie vor sehr schön grün sind. Mit Hilfe von Prognosemodellen konnten wir im Juni und Juli den ersten Auftreten der Blattflecken sehr genau eingrenzen und dann zu den meisten Orten eine Spritzung einsparen. Der tiefe Druck in Kombination mit den Fungizidbehandlungen der guten Sorten und dem schönen Herbst lässt vermuten, dass der Blattfleckenzuwachs in diesem Herbst in dieser Ernte nicht mehr sehr gross sein wird. Der sehr schöne Sommer mit den ausgiebigen Niederschlägen konnten den schwierigen Frühling sehr gut kompensieren. Und in den letzten Wochen und Monaten gab es erstaunlich viel Schuhwachs. Und vor allem im Osten lässt es darauf hoffen, dass wir ein sehr sehr gutes Rübenjahr haben werden. Wir von der Fachstelle danken ganz herzlich für das Vertrauen und wir hoffen ganz fest, dass wir alte wie vielleicht auch neue Rübenpflanzer das nächstes Jahr an einem regulären Flurumgang begrüssen dürfen. Wir wünschen eine gute Ernte 2020. Mehr Informationen zu mir auf